Hi Freunde, herzlich willkommen. Danke fürs Wiedereinschalten zu einem Part, wo wir heute jetzt auf unsere B11 treffen. Das heißt, wir können uns da mal auch mal ein bisschen anschauen, wie es bei denen so läuft. Vielleicht fallen uns da ein paar Spieler auf, die wir brauchen könnten. Oder eben ein paar Schwachstellen, weil wir natürlich auch die B11 noch verstärken wollen. Auch das ist natürlich noch unser Ziel, sobald die Kaderplanungen für die erste Mannschaft ziemlich abgeschlossen sind. Das heißt, sobald da die Baustellen Flügelverteidiger und Flügelspieler geschlossen sind, Baustellen geschlossen, egal, sobald das erledigt ist auf jeden Fall, werden wir schauen, wie viel Geld noch übrig bleibt und dann auch durchaus die Reserve verstärken. Ja, zur Aufstellung selbst müssen wir uns überlegen, mit welchem Personal wir spielen. Ich habe ja eigentlich den Plan gehabt, dass ich dann gegen Cadiz die zweite Mannschaft spielen lasse, gegen Bordeaux die erste und heute bis zur 60. oder so die erste Mannschaft. Jetzt ist nur die Frage, wie es aussieht mit gewissen Leuten, die angeschlagen sind. Sergio Gomez lasse ich noch immer weg, also ich möchte jetzt nichts riskieren. Ertolaci geht wahrscheinlich noch. Bei Lorenzo González habe ich mir jetzt gedacht, den könnten wir eventuell einfach mal auf die Leihliste setzen, weil er verdient irrsinnig viel Geld. Und ich denke mir, wir würden als dritten Stürmer sicher jemanden günstigeren bekommen. Und der ist sicherlich eine Laie auch nicht abgeneigt. So, und dann sind wir eigentlich eh soweit, denke ich. Weil BAS ist eh für die Reserve verfügbar, hoffe ich, dass er jetzt dann auch spielt. Also Quenka hätte ich natürlich auch noch spielen lassen müssen, das habe ich jetzt komplett vergessen. Den wechsle ich sonst in der Halbzeit ein. Auch wenn das nur ein Vorbereitungsspiel ist, so erwarte ich einen Sieg, eh klar. Eigentlich könnte ich jetzt alle Namen anmachen, aber das macht einige von euch sicher wahnsinnig, wenn ich das jetzt mache. Lassen wir es mal so. Lassen wir es mal so. Im Stadion haben wir natürlich keiner bei dem Duell. Gerade Totenstill. Olico Giannis klärt. Mario Gila verschenkt als fast letzter Mann den Ball. Marquez setzt sich im 1 gegen 1 durch. Aber scheitert am Torhüter. Nochmal Marquez. Easy door. Da ist es. Ja, Mario Gila mit dem Fehler. Sehr schwerwiegend. Wie heißt der? TJ Ayoma oder so? Ja. Der kann dann, wird dann einfach ausgespielt von Marquez, kann das Torhüter dann auch nicht mehr verhindern. Also im Torhüter ist auf jeden Fall nicht Albert, was ich gerade so sehe. Und da ist Marquez mit dem zweiten Torhüter, dieses Mal Vorlage von Easy door. Jetzt hat er sich revanchiert. Gut gemacht, gut eingeköpft. So, El jetzt, Tavares hinterläuft. Kommt er jetzt in den Ball von Rollon? Nein. Jetzt guter Seitenwechsel von Barret. Easy door zieht in die Mitte. Schuss wird geblockt. Guter Seitenwechsel, El jetzt. Tavares und Easy door per Kopf. Bei den Positionen, wo wir eigentlich noch starke Spiele auf der Bank haben, wie zum Beispiel linksaußen auch einen Stefanovic, da werde ich vielleicht doch jetzt schon in der 45. wechseln. Oder eben bei Kuenka. Dafür werde ich es dann halt lassen bei ein paar anderen Positionen. Also wir müssen das jetzt einfach eben so bedenken, dass in drei Tagen das nächste Spiel ansteht und da dann die zweite Mannschaft durchspielen wird. Deswegen möchte ich der zweiten Mannschaft jetzt nicht zu viel zumuten. Die zweite Mannschaft ist für mich dann halt auch ein Cardoso. Uh, Elliot vergibt. Ein Cardoso in der Innenverteidigung. Dementsprechend will ich nicht, dass der durchspielt. Also wird Diego Gonzalez durchspielen. Den Rest können wir wechseln komplett. Im Mittelfeld müssen wir dann auch schauen. Der Kini mit dem tollen Pass. Da wird gerade noch gegen Easy door gekretscht. Und Diego Gonzalez, nächste Ecke. Nächster Treffer. Also bis dann in der Situation ist unsere Belfe anscheinend nicht sonderlich gut. Easy door mit der Flanke, ja. Also da muss entweder der Torwart raus. Wie ist denn das eigentlich? Ah, okay. Wir haben anscheinend keine Torhüter in der B11. Das sollten wir uns dann auch anschauen. Gut. Nuwe Kuenka. Dann ist Cardoso geschont. Und dann bringe ich noch Stefanovic für Easy door, weil Easy door dann nächste Woche, also unter der Woche durchspielen wird. Marquez, Elliot, Paré, Sekini, Roulon. Das lasse ich alles noch so. Ich werde vielleicht Sergio Gomez wirklich unter der Woche bei der zweiten Mannschaft einsetzen, weil ich mir halt auch denke, er braucht jetzt noch ein bisschen Zeit, wenn man da zu viel und zu früh riskieren und er sich wieder länger verletzt. Nein, darauf habe ich keine Lust. Hat der Diego Serra gerade eingewechselt oder ist uns der in der ersten Halbzeit noch nicht aufgefallen? Das kann nämlich auch sein. Er ist uns nur nicht aufgefallen. Vorwart hat er jetzt auch gewechselt. Wird nicht unbedingt besser sein. Der Pass war ganz, ganz stark. Marquez und Elliot. Ja, das siehst du halt. Bei einem normalen Torhüter geht der wahrscheinlich nicht rein. René Svete würde das wahrscheinlich bestätigen. Marquez legt ab und Elliot Ja, darf nicht passieren. Ist halt wieder ein ganz junger Aushilfstorwart, weil wir gerade niemanden haben. Die können aber sonst auch durchaus die erste Mannschaft ein bisschen länger spielen lassen oder vielleicht sogar durchspielen lassen. Wenn es von der Fitness her in Ordnung ist, warum nicht? Eigentlich können wir das so machen. Boah, Buttlend. Was ist denn jetzt los? Luko Giannis vergeigt es auch da hinten gegen Diego Serra. Das war Boah, richtig viel Glück. Ich dachte gerade richtig stark von Buttlend, aber war die Latte. Das sind dann halt diese Unkonzentrierzeiten. Das Mehrfordern hat jetzt eh was gebracht. Jetzt sind sie wieder konzentrierter und Sequenka mit einem schönen Tor. Aber auch das wieder natürlich mehr als Halt war. Die Erholung überspringen wir gleich. Dann loben wir sie mal. Ja, und unser zweites Team wird gegen Cadiz dann glaube ich schon schön gefordert sein. Also es wird dann schon ein interessanter Gegner. Und zuletzt haben wir dann ja Bordeaux nächstes Wochenende zu Hause. Das wird dann die Generalprobe für die erste Mannschaft. Weil das passt dann ganz gut. Das ist so ein wahrscheinlich, wenn es das mit der spanischen Liga vergleichst, wäre es so ein Klub im Mittelfeld. Sehr schön von Marquez. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen eine internationale Generalprobe für unsere Euroleague-Gruppenphase in dem Jahr. Bikini super rausgespielt auf Stefanovic. Letztes Mal loben wir sie noch. Also von der zweiten Mannschaft ist nicht so wirklich jemand aufgefallen. Aber die sind auch sehr ersatzgeschwächt im Vergleich zum letzten Jahr, muss man ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass halt ein paar Leihspieler sie verlassen haben. Lorenzo Gonzalez sitzt jetzt bei uns auf der Bank. Pep, der eigentlich Stammspieler war im letzten Jahr in der zweiten Mannschaft, ist weg. Dann haben sie natürlich noch den Torwart jetzt nicht drin. Also es sind schon einige Positionen. Auch den Torwart von Ajax, den wir dort geliehen gehabt haben im letzten Jahr, der ist auch nicht mehr da. Das ist natürlich dann schon schwierig. Leihspieler, damit werde ich wahrscheinlich in der zweiten Mannschaft auch ein bisschen arbeiten. Um den Kader dann einfach zu verstärken. Lukianis, der war aber stark. Guter Abschluss ins kurze Eck. Wie sie dann zu dritt hinstürmen und den Ball wollen, finde ich auch geil. Stand von 7 zu 0. Ich glaube, die haben wir auf ein 8 zu 0 gewettet. Einmal geht noch. Da hat der Rest noch gelb kassiert. Und die letzten Sekunden laufen. Das war's. Also sehr schöner 7 zu 0-Sieger. Ein bisschen besorgen ist es. Erregend ist es auf jeden Fall, was die zweite Mannschaft angeht. Aber ja, das müssen wir einfach beobachten. Und die jetzt dann eben auch noch stärken. Hier haben wir zum Beispiel einen, den wir für die zweite Mannschaft holen werden. Wenn er den will, einen aus der Elfenbeinküste. Was ich sehr, sehr cool finde. Wird er jetzt einfach mal eine ordentliche Klausel versuchen reinzupacken. Da wird der Berater. Ah, der sagt sogar, okay. Ist natürlich komplett übertrieben für ihn, aber okay. Gut, wir haben ein Angebot bekommen für Elche. Die sind in der Smartbank, also in der zweiten Liga und übernehmen das Gehalt von Lorenzo Gonzales. Dann mache ich das ehrlich gesagt, weil an Pellegri und an Marquez, da wird der nicht vorbeikommen. Der wird nur in den äußersten Notfällen spielen. Dementsprechend setze ich da ehrlich gesagt lieber einen Dritten auf die Tribüne, den wir vielleicht selbst geliehen haben. Das heißt, wir werden auch da mal kurz reinschauen, was es so auf der Leihliste gibt. Interessiert an Laie. Generell habe ich eigentlich gar nicht geschaut, was es so für Laie-Spieler gäbe. Vielleicht hätten wir da einen, der uns weiterhelfen würde. Den Diakabi zum Beispiel. Den haben wir gescoutet wegen Rechtsaußen. Der wäre eigentlich sogar auf Leihbasis verfügbar, wobei der 1,8 verdient. Das ist halt schon brutal für eine Leihspieler, finde ich. Dortmund, Carlo Holze. Fragt mir nichts, finde ich aber sehr interessant. Aber der ist gerade schon dran. Yangana scheint auch sehr interessant zu sein. Die ist auf der Transferliste für 6 Millionen, den haben wir gar nicht gescoutet. Verdient relativ wenig. Grady, Dengana, Engländer. Baichong. Ich glaube, dass der ein bisschen overrated ist mit dem Marktwert bei Manchester United. So, aber dann schauen wir jetzt mal kurz auf die Position des, also Rolle können wir streichen. Linker Fuß können wir streichen. Dann gehen wir einfach auf Stürmer auf der Liste. Ben Woodburn von Liverpool zum Beispiel. So was wäre natürlich sensationell. Der wäre auch inverser Flügelspieler, verdient aber 1,6. Und wir müssen mal davon ausgehen, dass wir das Gehalt übernehmen müssen, deswegen ist das ein bisschen zu viel. Reuchert verdient auch viel zu viel. Asana Bandé von Ajax verdient 700.000, das ist mir ehrlich gesagt für einen dritten Stürmer auch zu viel. Sergio Camelo von Atletico Madrid verdient auch zu viel. Vielleicht sollten wir das mit dem Gehalt ein bisschen eingrenzen. Vertrag, Allgemein, Gehalt. Was bin ich bereit zu zahlen? 400.000, gehen wir mal auf 500.000, da muss der Spieler wirklich gut sein. Aber dann fällt jetzt schon mal einiges weg. Yanni Serra. Der ist deutscher, den kenne ich gar nicht. Sehr, sehr groß. Mental gut, Abschlusswert könnte stärker sein. Da haben wir einen von Dynamo Kiew. Auch nicht uninteressant. Barasi von Ajax. Chris Ramos von Real Valladolid. Also so jemanden würde ich als dritten Stürmer auf jeden Fall nehmen. Der ist nämlich nicht der kleinste, den kannst du dann auch gut als zweite Spitze in der Schlussphase mal reinbringen. Ja. Naja. Oder wir schauen bei den Ablösefreien, ob wir da wieder einen für ein Jahr holen. Ist vielleicht sinnvoller. Dann streichen wir das Gehalt weg. Also Alter höchstens kann man dann in dem Fall auch auf 31 gehen. Dann gehen wir auf Interesse an Transfer und nicht auf Laie. Achso, und dann brauchen wir natürlich noch Vertragsstatus abgelaufen. Der Klassiker, die Weltreputation. Zumindest auf okay. Mark Uth. Finde ich cool. Der ist 30. Das finde ich ist eigentlich auch ein ziemlich gutes Alter. Ich fühle mich halt, dass der Ginzeg auch interessanter eigentlich. Ich lade den gleich mal zum Probetraining ein. Mark Uth auch. Ich mag Mark Uth sehr gern, muss ich sagen. Ich finde den irrsinnig sympathisch. Und er könnte sogar notgedrungen nach innen zieren spielen. Also das wäre schon eine Überlegung. Wydra? Matthei Wydra war der bei Rapide? Nein, das war der Dominik Wydra. Ganz verwechselt. Sieht aber auch interessant aus. Also ist ein... Aber gut, der hat jetzt bei Burnley und Swansea gespielt. Der würde sicherlich relativ viel verlangen. Aber ich lade mir mal für zwei Wochen ein. Wen hat man da noch? Spanier, 26 Jahre alt. Ricky. Haben wir glaube ich schon mal gescoutet oder schon mal gesehen. Aber der ist sehr uninteressant. So irgendeinen Josip Trimic. Auch gar nicht so uninteressant. Aber der wird sich bei uns, nachdem er bei Norwich war, vielleicht auch nicht auf die Tribüne setzen wollen. Und August Dörnder haben wir eigentlich hier schon angeboten, und dass er zum Probetraining kommen kann. Calvin Yeboah. Interessant. Leider. Und dann schaue ich jetzt generell noch kurz was, weil wir schon dabei sind für die zweite Mannschaft. Ich nehme die Position mal weg. Gehe auf maximales Alter 23. Und dann haben wir hier ein paar, die gar nicht so uninteressant sind von der Weltreputation her. Da sind viele oder einige auch aus Afrika dabei. Da sehen wir einen, der ganz interessant sein könnte. Ich werde halt jetzt einfach einige auch bei der ersten Mannschaft zum Probetraining holen. Das ist mir eh ganz egal. Yusuf Diara. Ganz guter Zehner. War bei Athletic Bilbao. 23 Jahre jung. Das sind halt wirklich genau die Leute, die dann unseren Kader einfach ein bisschen auffüllen und verstärken können. Da haben wir einen Torhüter. Der war bei Austria-Wien. Hat sich dort nicht durchgesalzt. Hat jetzt bei Schwächert gespielt. Glaube ich nicht interessant. Calvin Yeboah haben wir uns schon angesehen. War es schon wieder? Dann haben wir hier. Ist auch okay. Hat in Belgien schon zumindest ein paar Spiele gespielt. Mental finde ich ihn auf jeden Fall interessant. Dann haben wir hier noch einen für die Offensive. Im Kongo. Aber auch in Belgien. Ist jetzt aber nicht so der Burner. Ich würde sonst noch die Reputation ein bisschen runterdrehen auf annehmbar. Dann sind wir bei 43 und dann sortieren wir nach Nation. Weil vielleicht findet man da ein paar interessante, ablösefreie Spanier. Jose Maria. Gehen wir sie vielleicht groß durch. Fran Alvarez. Links hinten sind wir eigentlich relativ gut besetzt mit Cissé. Wobei ich sagen muss, dass wenn wir da einen Backup haben, der Spanier ist und also okay, weil ich meine gut ist der jetzt natürlich nicht, aber für die dritte Liga reicht es glaube ich. Dann könnte man sich den anschauen. Der ist deutlich stärker. Der wird zu stark sein. Der war bei Barca B. Laden wir auch mal ein. Dann Borja Garces. Das wäre ein interessanter Stürmer. Aber wir dürfen jetzt nicht vergessen, wir haben jetzt Leroy verliehen und Lorenzo González verliehen. Das heißt, da fehlen uns jetzt schon einige gute Talente. Auch der kann man mal einladen, weil er erst 18 ist. Und dann haben wir Ivan Jaime. Das ist der, ja, das ist unser ehemaliger Spieler. Das ist glaube ich nicht wirklich notwendig. So, Torben Müsl. Ein deutscher Stürmer. Eigentlich so schlecht. 22 Jahre erst. Sogar einmal für Gladbach gespielt. Laden wir einfach ein. Könnte man notgedrungen auch als, wenn die anderen zu teuer sind, als dritten Stürmer für die erste Mannschaft nehmen. So, vielleicht noch ein paar Italiener anschauen hier. Defensiv wäre glaube ich nicht so schlecht. Ja, wobei defensiv, boah, der ist gut. Der hat sogar fünfmal für Milan gespielt. Laden wir auch ein. Also das sind eigentlich schon relativ interessante Spieler, auch für eine erste Mannschaft dabei. Jetzt nicht natürlich als Leistungsträger oder sowas, aber um den Kader ein bisschen zu ergänzen. Ist gar nicht so uninteressant. Da mal einen aus der Feja Nordjugend. Den laden wir ein. Ich finde vor allem, das ist ein ganz gutes Alter. Die geben der zweiten Mannschaft dann ein bisschen Erfahrung und Stabilität. Und dann haben wir zusätzlich noch junge Talente dort. Den haben wir schon. Roche Silva. Auch der sieht interessant aus. Enfica und Lazio in der Vergangenheit hat aber nie gespielt. Aber die Fähigkeiten sind auch sehr überzeugend. Solche zu holen, würde natürlich die zweite Mannschaft ordentlich aufwerten. Er hat sich jetzt leider, er hat sich dort, er hat dort jetzt unterschrieben. Finde ich schade. Aber wäre nämlich auch ganz interessant gewesen. Wie man auch gedacht hat, ist, vielleicht sollte man bei ein paar exotischeren Nationen da noch schauen. Weil die verlangen vielleicht nicht ganz so viel Mali. Das ist Yusuf Diyara, den haben wir uns schon angesehen. Exotischer ist auch gut gesagt Uganda. 23 Jahre alt, Rechtsverteidiger. Rechts hinten haben wir auch jetzt eine Baustelle. Mal schauen, ob ich den zum Probetraining einladen kann. Weil er ist, der Vertrag ist eigentlich schon zu Ende bei Southland United. Kroate Daniel Kovacic. Vorwart. Nicht sonderlich gut. Dann haben wir hier, ah den haben wir uns schon angesehen. Hier noch Belgier. Zentrales Mittelfeld, aber ist jetzt nicht so interessant. Ein Van Tessel. Ein interessanter ist vor allem auch jünger. So. Und ein Torwart aus Andorra. Der war bei Villarreal C. Und hat sogar schon 20 Länderspiele gemacht. Das wäre natürlich auch cool, als zweiter Torhüter dann vielleicht hinter Alper. Eine Nationaltorhüter zu haben. Okay, wenn Augustin kommt. Das war leider zu erwarten. Dass die ihn dann trotzdem nicht gehen lassen auf Probetrainingsbasis. So. Wettquoten, was Torschützenkönig angeht, das sind wir natürlich nicht dabei. Asar, bessere Quote als Messi, auch interessant. So, Torwarttrainer. Wie sieht's aus? Irgend ein bekannter? Ich befürchte nicht. Müssten wir noch ein bisschen weitersuchen, aber da sind schon richtig Gute dabei. Ah, der Pole zum Beispiel hat super Werte. Wo waren die? Der war Torwarttrainer bei Liga Warschau. Der ist gar nicht teuer. Da kannst du dir einen richtig geilen Trainerstab zusammenstellen mit sensationellen Trainern, die gar nicht teuer sind. Dann haben wir noch Assistenztrainer. Da müsste man halt schauen, setzen wir den Fokus auf Assistenztrainer aus verschiedenen Bereichen. Da werden wir auf jeden Fall die Anzeige fortführen lassen. Oder machen wir es so, dass wir Allrounder holen. Also Torwarttraining ist mir natürlich nicht wichtig. Wir schauen mal auf Offensiv. Da sticht jetzt niemand voll raus. Also ich lasse die Anzeige mal weiterlaufen. Keine Angebote für Errands. Und jetzt kommen die ganzen zu Probe. Müssen wir jetzt mal durchklicken. Den Trainingsbetrieb will ich sehen. Die machen ein Angebot für den hier. 20-Jähriger. Ah, Lyon. Da ist die Frage. F-19, da müsste man schon mit einem sehr, sehr guten Angebot mitgehen. Und der passt mir in die Formation eigentlich nicht rein. Da haben wir zum Beispiel Trimic. Ergänzungsspieler in seinen besten Jahren. Das ist, das klingt gar nicht so. Vielleicht Spieler für die Breite in seinen besten Jahren auch. Das klingt so, als wären dann die Anforderungen jetzt nicht ganz so groß. Fitnesstrainer kommt zu uns. Busquets bestätigt Wechsel zu Malaga. Yes. Das ist mal richtig geil. Da freue ich mich jetzt gerade irrsinnig. Er hat Gänsehaut. Denn das ist ein Hammer-Transfer. 4 Millionen von unseren 28 werden abgezogen. Das heißt, wir haben noch immer genug Geld für wirklich gute Transfers. Aber Busquets ist natürlich ein Hammer. Bin ich nur gespannt, wie ein Rollon reagiert. Weil der eigentlich doch ziemlicher Führungsspieler war. Oder ist. Busquets kriegt die 6. Das passt natürlich gut. Ja und das ist wirklich ein Hammer-Transfer. 13 Millionen Marktwert. Also der hat sich finanziell jetzt schon ausgezahlt. Vergleiche ich den noch kurz mit Rollon. Den haben wir glaube ich eh schon mal verglichen. Ich glaube Rollon war einfach offensiv stärker. Genau so ist es. Aber wenn man hier so reinschaut. Viel besser. Hier sind einige Dinge, wo Rollon besser ist. Während körperlich, muss ich sagen, finde ich im Gesamtpaket Busquets viel interessanter. Und er ist halt Spanier und einige Jahre jünger. Also so gesehen alles sehr, sehr gut. Chefphysio. Ja, das heißt, wir sind vom zentralen Mittelfeld her jetzt eigentlich fertig. Weil wir haben, also in meinen Augen sind wir fertig. Weil wir haben jetzt Sergio Gomez, einer der vorgeschobene Spielmacher spielt. Dann haben wir zugleich Zucchini als seinen Backup auf der Box-to-Box-Position. Das heißt, wir müssen dann halt schauen, dass wir den quasi, wenn er gebraucht wird, da rüberschieben. Dann haben wir Barret auf der Bank mit, ja mit wem ist die Frage, wie wir das dann angehen werden. Ich glaube, es werden alle genug Spielzeit kriegen. Aber wir haben jetzt alle drei Positionen richtig stark besetzt. Und ich glaube, dass das halt auch ganz wichtig ist in so einer Situation. Wenn du international schon fix in einer Gruppenphase bist, dann muss das einfach funktionieren. Deswegen, ja, er ist sogar Schlüsselspieler. Aber er überlegt, zu einem besseren Verein zu wechseln. Wäre ich echt nicht abgeneigt, wenn da wirklich ein Angebot kommt. Dann haben wir das Problem sowieso nicht mehr. Alter Schwede sind da viele. Da werden wir noch ein bisschen zuwarten und dann werden wir das durchschauen im nächsten Part oder so. So, dann haben wir Datenanalysten, einen neuen. Einen neuen Chef-Scout. Also da geht es jetzt richtig gut weiter. Da haben wir jetzt noch ein Testspiel gegen Hain reinbekommen. Soll ich jetzt gar nicht mitbekommen. Vielleicht war das... Fagnermann können wir, glaube ich, streichen. Der ist zu teuer. Ben Purrington von Blackburn Rovers. Der ist gar nicht schlecht. Also ich glaube, der hat ganz gute Ansätze, ist aber nicht der schnellste. Die Schnelligkeit ist, glaube ich, gerade in so einer Liga wie in Spanien sehr, sehr wichtig. Warum haben wir dieses Testspiel reingekriegt? Weil es ein Kooperationspartner ist und das können wir nicht absagen. Gut, egal. Da machen wir es halt so. Zweite Mannschaft, erste Mannschaft, zweite Mannschaft und dann geht die Liga los. Ist eh okay. Dann mutt man niemandem zu viel vor. Wir könnten eigentlich auch mal ein Testspiel nur mit Probespielern machen, um uns einfach da einige anzuschauen. Aber ich glaube, das ist spielerisch eine Katastrophe dann. Und dadurch, dass wir eh überall doppelt besetzt sind, ist das, glaube ich, eh okay. So. Jetzt würde ich nur schon langsam ganz gerne mal Scout-Berichte bekommen zu den Spielern, die ich bei der Priorität erhöht habe. Da haben wir schon einen, Justin Kleubert. Der wäre so sensationell. Ich werde jetzt mal in die Medien gehen und schauen, ob ich da irgendwie was raushören kann. Seedorf, ein Trainer, gibt keine Antwort. Er sagt, ein Wechsel könnte möglich werden. Okay. Yes. Jetzt haben wir einen bekommen. Alter Schwede. Nicht benötigt bei Arsenal, aber geschätzter Preis 58. Den kann man streichen. Jetzt bin ich gespannt, wie stark der von der Elfenbeinküste ist. Da bin ich sehr gespannt. Enttäuscht über seine Verpflichtung. Ja, der wird 350.000 Mark wert. Das ist echt okay. Spielt er in der zweiten Mannschaft. Also entspannt euch. Sprachkurs auf jeden Fall, aber den Rest lasse ich. So. Lorenzo Gonzalez geht auf Leihbasis. Immer noch ein Chef Physio. Ich werde dann nach dem Part, glaube ich, mal die ganzen Mitarbeiter durchgehen und schauen, ob die jetzt wirklich auch die neuen Mitarbeiter auch wirklich schon die ganzen Aufgaben haben, so wie ich es gerne hätte. Das brauchen wir aber nicht im Part machen, glaube ich. So, Bertolacci geht ablösefrei zum AC Ajaxo. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass der noch so eine... Ja, von Malaga zu Ajaxo finde ich halt einfach echt schön. So, super neuer, teurer Trainer. Ich glaube, unter so jemanden trainiert man gerne. Ob der vielleicht eine Empfehlung hat für einen Spieler. Ja, wenn wir Kläubert holen könnten, sind wir finanziell wahrscheinlich komplett am Limit. Können wir jetzt schon streichen, glaube ich. Dann würde links hinten nichts mehr gehen. Ich schaue jetzt nur kurz die drei Kandidaten durch, die etwas interessanter wären. Marc Uth würde ich echt geil finden als inverser Außenstürmer dann nämlich auch. Den kannst du wirklich auch geil in der Schlussphase bringen, wenn der... Wenn man hinten ist, so über den Flügel, dass er über den Flügel angreift. Super Abschlusswert, ist mental, aber nicht so wirklich gut. Ginzeg. Finde ich persönlich stärker, ist aber auch älter. Ich bin jetzt nicht ganz so sympathisch wie Marc Uth, aber die Sympathie sollte da jetzt eh nicht so viel Ausschlag geben. Und Trümic ist noch der jüngste von den dreien, finde ich jetzt aber fast am schwächsten. Also ich hätte Ginzeg fast am interessantesten gefunden. Die Frage ist, was der verlangt. Ich würde sogar nur auf Ergänzungsspieler runtergehen. Der will zumindest Rotationsspieler sein. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich würde die Ausstiegsklausel noch versuchen ein bisschen zu erhöhen und das Gehalt ein bisschen zu drücken. Ich gehe mal auf 6 Millionen, aber zahlt dir kein Mensch. Eigentlich ist es wurscht. Also da wäre ich schon sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut. Wir machen im nächsten Part dann den Test gegen Cadiz. Freue ich mich drauf, ich hoffe ihr auch. Danke fürs Einschalten, bis bald. Danke fürs Einschalten, bis bald.